Hallo liebe Zuschauer, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu einer neuen Ausgabe der Höffi Show und heute haben wir ein sehr besonderes Produkt für Sie. Ja, ich freue mich schon den ganzen Tag mit dir dieses Wellness- und Gesundheitsprodukt vorstellen zu dürfen und bevor wir damit richtig starten, habe ich noch ein Experiment mit dir vor. Ein Test vorher, nachher. Testen? Das mache ich immer sehr gerne auch mit dir. Ich bin ein bisschen gespannt, aber Sie wollen natürlich erstmal den Preis wissen. Für Meridio zahlen Sie 299 Euro und zwar in den Maßen 90 x 2 Meter und 1 Meter x 2 Meter in unterschiedlichen Härtegraden. Jetzt sagen Sie 299 Euro ist ein guter Preis, aber Meridio ist nicht einfach nur eine Matratze, sondern in ihr stecken super viele Geheimnisse und da wirst du uns aufklären. Ja, unbedingt. Was muss ich tun? Erstmal aufstehen. Okay. Und ich glaube im Yoga heißt das irgendwie so wie Vogel, Adler, Baum, keine Ahnung. Also auf ein Bein? Du stellst dich einfach mal so hin. Okay. Das sieht schon mal ganz gut aus und jetzt mache ich einfach mal tschak. Okay. Gar nicht so schlecht. Noch einmal. Tschak. Muss mal wieder zum Yoga. Wackelig, liebe Claudia. Jetzt drehst du dich mal um und machst mal die Hände so nach hinten richtig fest, so fest du kannst. Ja, alles klar. Jetzt gucken wir mal wie stabil du bist. Ja, Claudia. Das geht noch mehr und da würde ich dich bitten, leg dich doch mal einfach hin. Okay. Und dann gucken wir mal gemeinsam, was passiert, wenn du hier mal ganz gemütlich und dann geruht hast und wie dann der Test nachher aussieht. Sehr gerne. So, du rufst dich jetzt einfach eine Runde aus und Ihnen möchte ich gerne ein bisschen näher erzählen, warum Sie so eine wertvolle Matratze für 299 danach richtig schätzen lernen. Denn hier kriegen Sie nicht nur einen richtig guten Schlaf, sondern Energie, Vitalität, ganz, ganz viel Lebensqualität im Alltag. Warum? Sie können sich vorstellen, unser Körper ist wie so eine Biochemiefabrik. Die managt alles in Eigenregie, ohne dass sie überhaupt irgendetwas dazu tun müssen. Wir verfügen so circa über 70 bis 100 Billionen Zellen und die sind dafür verantwortlich, miteinander zu kommunizieren, sich auszutauschen, sich zu unterstützen. Und darüber hat sich China schon so vor circa 2000 Jahren Gedanken gemacht und ein Konzept entwickelt über Körperkommunikation der inneren Leitbahnen. Meridiane, jetzt kommen wir der Sache schon näher, Meridiane, Meridio. Um es ganz simpel zu sagen, das sind Energieflüsse innerhalb des Körpers, die zur Gesundheit, zur Balance, zur Energie führen. Und wenn die jetzt aber in eine Disbalance, also in ein Ungleichgewicht geraten durch Stress, ja, dann gerät alles so ein bisschen außer Rand und Band. Das kann eine ganze Kettenreaktion von verschiedenen ungünstigen Gesundheitsfaktoren ergeben. Und genau hier kommen wir zu dieser Matratze. Jetzt würde mich natürlich interessieren, ich finde das sehr spannend, wie funktioniert das genau? Komm mal wieder zu dir. Ich muss dir sagen, es war so ein ganz wohlig-warmes Gefühl an den Beinen. Also jetzt sind die Beine wieder so ein bisschen kühlen, als ich hier drauf lag, war das so warm und fast ein bisschen gekribbelt. Ja, das ist ein sehr gutes Zeichen. Das ist ein gutes Zeichen, sehr schön. Aber jetzt kommt der Test, der Test. Gucken wir mal. Wuh! Da drückt, du kannst mich drücken. Und das ist nicht abgesprochen, das ist tatsächlich so. Und das in fünf Minuten. Ich habe das jetzt wirklich mit sehr, sehr vielen Menschen praktiziert. Sie können das dann zu Hause auch mal ausprobieren. Jetzt machen wir mal den anderen Test nochmal. Du kannst ruhig richtig drücken, ne? Wahnsinn. Also es ist wirklich richtig stabil. Es ist kein Vergleich mehr zu vorher. Soll ich dir mal erzählen, warum das überhaupt möglich ist? Sehr gerne. Das ist nämlich ein ganz speziell entwickelter Bezug. Und der ist in der Lage, über die Nacht genau diesen positiven Energiefluss wieder positiv anzuregen, sodass der Kommunikationsaustausch barrierefrei verlaufen kann und sozusagen die Kommunikation von Zelle zu Zelle, von Körper zu Organ hervorragend wieder funktionieren kann. In dem Bezug sind ganz bestimmte Mineralien enthalten und eine ganz spezielle Formel eines energetischen Gehalts. Sie legen sich auf die Matratze und in der Nacht tanken sie genau diese Mineralien und die Energie, damit sie topfit am nächsten Tag gut gelaunt in den Tag starten können. Und jetzt kommen wir zum Matratzenkern. Der besteht aus einem 7-Zonen-Komfort-Schaum mit einem oben aufliegenden Gel-Artschaum. Und genau der sorgt für eine optimale Druckentlastung. Und ich sitze hier gerade am Rand und da fällt mir natürlich auch auf, dass es hier ein Klimaband gibt. Das haben viele Matratzen mittlerweile. Es ist eine ganz tolle Sache. Das heißt, diese Wabenstruktur, diese löchrige Wabenstruktur hilft dabei zu unterstützen, dass die Matratze gut durchlüftet wird. Und das ist natürlich auch nochmal zuträglich für einen guten Schlaf. Die Griffe, Chrissy, hier an der Seite, wofür sind die da? Ja, die sind dafür gedacht, dass man wirklich regelmäßig die Chance hat, diese Matratze zu wenden. Und ich denke mal, mit den Reißverschlüssen lässt sich das hier prima auspacken. Kann ich die in Bezug waschen? Du kannst es komplett unkompliziert abziehen, waschen, rein in die Waschmaschine bei 60 Grad, Schonwaschgang mit ein bisschen Feinwaschmittel. Du kannst es in Trockner packen. Da würde ich allerdings sagen, ein bisschen niedrige Stufe. Genau, eine wichtige Information habe ich noch. Wir haben ja gesagt, 299 Euro kostet Meridio in den Größen 90 mal 2 Meter oder 1 Meter mal 2 Meter. Und natürlich wollen Sie wissen, wie schaut es aus mit dem Härtegrad. Auch hier können Sie bei beiden Größen wählen, entweder H2 oder H3. Jetzt haben wir Ihnen ganz viel erzählt zu Meridio. Ich finde, es ist wirklich eine ganz, ganz tolle, besondere und neue Alternative, eine Matratze zu wählen. Mit diesen Mineralien, man hat einfach noch einen zusätzlichen Wert. Sie schlafen toll, sie kommen einfach gestärkt in den Tag und das ist bei unserem heutigen Stresslevel sehr wichtig. Sie können Meridio natürlich wie alle Produkte bei Höfner bestellen, indem Sie uns anrufen, einfach bei der Hotline. Oder Sie gehen auf unsere Webseite, höfner.de. Und was ich immer sehr, sehr gerne empfehle, einfach vorbeikommen in einer der Filialen und dann können Sie, wie ich, einfach mal so ein bisschen Probe legen. Und es wird Sie auch niemand rauswerfen, wenn Sie sagen, ich brauche mal 10 Minuten länger. Lassen Sie das einfach mal so ein bisschen auf sich wirken. Und wie gesagt, ich hatte so ein warmes, ein bisschen kribbelndes Gefühl nebenbei. Ein ganz außergewöhnliches Produkt. Und ja, ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. Montag ist Montag. Ganz, ganz viele tolle Produkte warten auf Sie zu einem richtig guten Preis. Und komm, Chrissi, wir legen es nochmal hin. Ich gebe dir auch ein Kissen ab. Gute Nacht. Tschüss. Willst du ein rosanes Kissen haben? Ja, ich will rosa. Du kriegst ein rosanes Kissen. Ich teile es mit dir. Guck mal, es ist doch voll gemütlich, oder? Und jetzt hier so den ganzen Kissen. Das wäre total schön. Das ist eigentlich so. Bitte komm, das ist eigentlich so.